Chemische Veränderungen Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie sich Eisen im Laufe der Zeit verändern kann, wenn es der Atmosphäre ausgesetzt ist? Ja, ich habe gesehen, wie Eisentore und Werkzeuge diese bräunliche Schicht bekommen haben. Was ist das? Diese bräunliche Substanz nennt man Rost und der Prozess heißt Rosten. Rost ist eine andere Substanz als das ursprüngliche Eisen. Wow, das wusste ich nicht. Ist Rosten also ein Beispiel für eine chemische Veränderung? Genau. Chemische Veränderungen finden statt, wenn neue Substanzen gebildet werden. Und Rosten ist ein großartiges Beispiel dafür. Okay, können Sie mir ein weiteres Beispiel für eine chemische Veränderung nennen? Klar, schauen wir uns an, was passiert, wenn man ein Stück Magnesium verbrennt. Das Magnesiumband brennt mit strahlend weißem Licht und hinterlässt pulverförmige Asche. Interessant. Die Asche ist also eine neue Substanz, die während des Brennvorgangs gebildet wird? Ja, das stimmt. Die chemische Gleichung zeigt, dass das Magnesium mit Sauerstoff reagiert und Magnesiumoxid bildet, also die Asche. Faszinierend. Und was passiert, wenn Sie das Magnesiumoxid mit Wasser mischen? Wenn Sie das Magnesiumoxid mit Wasser mischen, bildet sich eine neue Substanz namens Magnesiumhydoxid, eine BES. Bei einer chemischen Veränderung werden eine oder mehrere neue Substanzen gebildet. Wenn wir beispielsweise Essig, Essigsäure und Backpulver, Natriumbicarbonat, mischen, reagieren sie zu Kohlendioxid und anderen Substanzen. Wow, das ist faszinierend. Und was passiert, wenn wir das Kohlendioxid durch das Kalkwasser leiten? Wenn Kohlendioxid durch Kalkwasser geleitet wird, reagiert es zu Calciumcarbonat, das das Kalkwasser milchig werden lässt. Das ist ein Standardtest, um das Vorhandensein von Kohlendioxid festzustellen. Ich verstehe. Chemische Veränderungen können also an der Bildung neuer Substanzen erkannt werden, sowie an anderen Veränderungen wie Farbe, Wärme oder Schall. Genau. Chemische Veränderungen sind in unserem Leben sehr wichtig, da sie für viele Prozesse verantwortlich sind, von der Verdauung bis zur Herstellung neuer Materialien wie Kunststoffe und Medikamente. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.